Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen JFD Devisenradar am Donnerstag, dem 21. Januar. Es grüßt wieder Christian Kemmerer und wir wollen auf den Markt schauen, der heute hier natürlich alles beeinflussend durch die EZB-Sitzung bestimmt wird. Wir haben heute 13 Uhr, bekanntermaßen 13.30 Uhr den Zinsentscheid sozusagen, um 13.45 Uhr den Zinsentscheid so rum und 14.30 Uhr dann die Pressekonferenz. Zinsentscheidungstechnisch wird wahrscheinlich nicht so viel gehen, bei 0,05% dürfte der Spielraum sehr, sehr begrenzt sein, aber die EZB-Pressekonferenz ist ja unlängst immer bekannt für starke Ausschläge in Sachen Standing, in Sachen Anleihekäufe, in Sachen zukünftiger Entwicklungen, Ausrichtung und dergleichen dürfte es da sicherlich spannend werden. Der Euro also heute hier ganz klar im Blickpunkt. Schauen wir auf die Rahmendaten. Wir haben am Donnerstag beim Euro tendenziell während der letzten 52 Handelswochen den bullischsten Wochentag mit 54% positiver Schlusspreise. Im Dezember schoss Euro-US-Dollar hier nach oben. Das war hier die Dezemberkerze, Anfang Dezember. Da ist sie bei der letzten EZB-Sitzung und da gab es auch hier eine Performance von über 450 Pips. Das nenne ich mal anständig. Mal sehen, was heute passiert. Sie sehen, das sticht ganz klar heraus in Sachen Performance. Der Donnerstag generell auch wegen dem Tag natürlich, aber generell ein Tag mit erhöhter Volatilität. In der Summe während der letzten zwölf Wochen fallen hier 25% der Schwankungsbreite auf den Donnerstag. Und dieser Tag ist, wie gesagt, mit einem leicht bullischen Bias gesegnet. Also während der letzten 52 Wochen wiederum hier in 54% der Fälle ein positiver Schlusspreis. Doch schauen wir mal ganz grob auf das größere Bild. Wir sehen, der Euro-US-Dollar ist in Range. Ganz klar, seit dem Spike nach oben hier Anfang Dezember haben wir hier zwischen 1,082 etwa und 1,10. Ich würde sogar noch tiefer gehen. 1,098. Hier eine ganz klare Range. Sie sehen die Kerzen. Das ist hier ein Stell-Dich-Ein, ein Reih-Dich-Ein, mehr oder weniger ohne ganz klare Impulse in eine Richtung. Gegebenenfalls kommt heute endlich mal die Auflösung und der Markt als solches dann hier mit einer weiteren Bewegungsdynamik aktiv. Das bleibt jetzt mal abzuwarten. Grundsätzlich erlaubt sich aber hier, wie gesagt, langsam mal der Notstand, dass hier was passiert. Rein tendenziell nach dem letzten Verlaufstief, was nicht zum letzten neuen Jahrestief reichte, haben wir hier per se auf Wochenbasis ja die Möglichkeit, aufgrund zwei Ansatzpunkten hier einen Aufwärtsimpuls zu initiieren, der, wie gesagt, aber jetzt hier mehr oder weniger in eine Seitwärts-Range übergegangen ist. Und somit ist alles offen, wie es denn jetzt hier weitergeht. Es bleibt dabei, oberhalb von 1,082, insbesondere 1,080, ist der Markt leicht bullish im Sinne eines Rebounds zu sehen. Der übergeordnete Bias ist allerdings unverändert bärisch und hier der mangelnde Kaufdruck kann auch durchaus dafür sprechen, dass Euro-US-Dollar nochmals einen Satz nach unten macht. Erinnern Sie sich hier an das Harmony-Pattern, Gardley 222, da sehen wir hier technisch die Möglichkeiten, dass wir doch noch die Parität ansteuern. Das darf nicht völlig außer Acht gelassen werden. Im Prinzip die Euro-Schwächung ja hier nach wie vor ein Thema. Und auch wenn alle auf die Parität warten, so ganz unwahrscheinlich oder für unwahrscheinlich halte ich das nicht. Wenn wir dieses Niveau allerdings touchiert haben und dann der Euro letztlich rein populistisch dem Untergang dann wahrscheinlich geweiht ist, denke ich, kann man dann hier durchaus mit Überraschungen rechnen. Auch von dem Hintergrund, dass wir hier neben dem Harmony-Pattern auch hier diese große Abwärts-Trend-Kanalsituation haben. Und im Bereich der Parität könnte es hier zu einem Touchdown dieses Levels kommen, was dann praktisch auch wieder eine Erholungsbewegung ermöglichen könnte, die dann hier eben ähnlich wie hier in den Vorjahren oder auch hier speziell Frühjahr 2015 für eine Erholungsbewegung gut war. Das bleibt mal abzuwarten. Letztlich die Tendenzen hier ganz interessant beim Euro auf Big-Picture-Sicht, sofern wir hier neue Tiefs generieren. Auf Tagesbasis, auch hier im Stream immer wieder kommentiert, haben wir eine kurzfristige Abwärts-Situation. Das lässt sich ja auch sehr gut in so einem Kanal einfangen. Gestern auch wieder der Versuch, hier nach oben rauszuziehen, rauszubrechen. Aber wir sehen hier eindeutig, das Ganze scheiterte schlussendlich. Die Kerze negativ, obwohl wir tagsüber sichtlich nach oben gelaufen sind. Die Trennlinie auch hier, die obere Deckel in der Trennlinie verletzt haben, Schrägstrich verlassen haben. Und hier das entscheidende Level 1,097,5, 1,098 konnte dann aber letztlich doch nicht überwunden werden. Und ja, rein von Bias her wäre nochmal Rücksetzer hier an das 61er Fibonacci-Level durchaus denkbar. Müssen wir jetzt hier nochmal ein Stück anpassen, ein Stück hochziehen. Das macht den Brei aber nicht dick. Wenn es denn heute nochmal zu einer Euro-Schwächung kommt und dazu passt eigentlich auch die Saisonalität, neben dem Wochentag, der heute eigentlich bullisch ist, sieht es aber saisonal gesehen so aus, dass wir hier bis in den Februar hinein eher eine schwächere Tendenz haben. Und unterhalb von 1,097 per Tagesschluss bleibt der Markt auch für mein Dafürhalten weiter bärisch. Deswegen auch hier der blaue Tendenzpfeil. Sieht so aus, als würden wir hier durchaus nochmal nach Süden laufen können. Das Ganze wird auch hier unterstrichen durch die Situation der negativen Saisonalität. Das sieht also insofern ganz interessant aus. Mal abwarten. Heute bei der EZB, wie gesagt, dürften die Würfel nochmal fallen, ob wir hier einen Impuls nach oben oder unten sehen. Achten Sie dabei auf 1,082, hier diese Unterstützungszone. Wenn wir da drunter gehen, dann denke ich, haben wir durchaus Spielraum nochmal bis zum 61er-Fibonacci-Level-Bereich um 1,072, 1,070 vielleicht sogar ein neues Mehrwochentief. Dann aber könnt ihr hier aufgrund dieser Unterstützungslinie und dem 61er-Level eben mit einem Spike drunter hier durchaus wieder eine Erholungsbewegung erfolgen. Aber der Euro hier so ganz überzeugen kann er mich bislang nicht, auch wenn der Wochentag heute einen positiven Eindruck hinterlässt. Auch hier im Dezember zuletzt eben hier mit diesem starken Movement. Vielleicht sehen wir heute hier so eine Kerze, die über die 1,10 rausgeht. Da muss man ganz sagen, wenn wir hier klar nach oben rausgehen, über die 1,10 haben wir im Prinzip ein Key-Level gebrochen. Auch hier dann auf Monats-Wochenbasis gut zu sehen. Hier oberhalb der 1,10, 1,1035. Da wartet hier nur noch diese Abwärtstrendlinie. Die ist aber mehr so symbolischer Natur. Nur dann muss man davon ausgehen, dass hier nochmal das entscheidende Widerstands-Level 1,14, 1,1450 angesteuert wird. Das hier oben auf der Oberseite. Sie sehen es ein massiver Widerstand. Und da wären die Chancen gegeben, wenn wir über 1,10 gehen, dass wir hier diese 400 Pips nach oben mitnehmen. Aber ich halte im Sinne der Saisonalität und der grundsätzlichen technischen Situation durchaus einen schwächeren Euro, also nochmals abgebende, nachgebende Preise für denkbar. Schauen wir mal die Situation im Stundenschad an. Da sehen wir bislang Euro-S-Dollar heute natürlich erst in Anführungszeichen 54 Pips gelaufen. Wir haben uns hier nach der Schwäche von gestern und neuen Tiefs in der Asia-Session leicht stabilisiert. Und lässt sich auch hier, machen wir mal eine neue Trendlinie, sehr schön mit so einer Trendlinie eben einfangen. Haben wir also hier praktisch diverse Hoch- und Tiefpunkte mit kleinen Verletzungen, marginalen Verletzungen, die dann hier eben initiieren. Okay, wir haben eine tendenzielle Aufwärtstendenz. Was man aber auch sehr deutlich sieht, ist eben hier das Niveau. Und da können wir hier direkt zum Balken mal reinziehen, 1,075, 1,080. Da ist der Markt hier oben definitiv gedeckelt. Sie sehen es selbst auf Stundenbasis vom Dezember her rührend, sind hier immer wieder die Verkäufer im Vorteil gewesen. Eben zuletzt auch hier in der letzten Woche am Freitag und erst gestern. Jetzt muss ich eben mal zeigen, was hier kommt. Faktisch, technisch gesehen hier auf Intraday-Basis. Wie gesagt, der Tag ja eigentlich bullisch. Faktisch haben wir aber die Situation, wenn wir hier ein neues Tief machen unterhalb von 1,085, 1,086, sieht es eher auch im Sinne des Trendlinienbruchs und des neuen Verlaufstiefs bärisch aus. Dann ruft wieder die 1,082, 1,080, der Bereich hier 1,072 mit Sicherheit. Ansonsten nach oben, wie gesagt, hier 1,097. Ganz klar, wenn wir darüber gehen, wird es bullisch. Dann ist nur noch die 1,10, 1,1035 da. Aber tendenziell dürfte dann hier Luft nach oben sein. Also heute definitiv spannend. Warten wir mal ab, was passiert. Technisch, wie gesagt, der EURUS-Dollar mit einem gewissen Druckaufbau, aber unentschlossen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir nochmal Tiefs sehen, also nochmal Rücksätze. Dieser blaue Tendenzfall hat meines Erachtens hier weiterhin Relevanz. Und insofern lassen wir mal die EZB entscheiden, was heute passiert. Das wird spannend werden. Am Abend wissen wir definitiv mehr, wie es ausgegangen ist. Ansonsten sage ich jetzt erstmal an dieser Stelle vielen Dank für sein Schalten. Wenn Sie mögen, dann gibt es natürlich morgen wieder die nächste Sendung. Und da dann vielleicht auch, wie ich vorhin im Stream gelesen habe, auch wieder mit einem Yen-Pair, die durchaus interessant scheinen. Reihe um haben wir eine ganze Sparte an Yen-Paaren, die sich hier so ein Stück weit an einer Erholung versuchen. Doch warten wir mal ab, was da die Zukunft bringt. Insofern viel Erfolg beim Handeln. Ihr Christian Kemmerer. Ich freue mich auf Sie. Auf bald und tschüss. Ich freue mich auf Sie.